Hallo und sei herzlich willkommen auf meiner Homepage. Ich bin Renate und ich freue mich sehr über dein Interesse an meiner Arbeit. Ich selber übe Tri-Yoga, das ist eine Form von Hatha-Yoga und gebe das gerne an Menschen weiter, die diese Form von Yoga auch lernen möchten und darin üben möchten. Einen Einblick in meine Arbeit und ins Tri-Yoga findest du auf den kleinen Videos unter Yoga zu Hause. Wenn du weitere Interesse am Yoga hast und ein informierendes Gespräch oder eine Beratung wünschst, melde dich gerne. Meine Kontaktdaten sind unten auf der Webseite zu finden und dort können wir gerne ins Gespräch kommen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Stöbern und freue mich über eine Nachricht von dir. Vielen Dank. Tschüss.